Heute bei Hour of Power. Diese Woche ist Neil Clark Warren bei uns. Er ist der Mitbegründer von eHarmony, einer Partnervermittlung im Internet. Daniel Rodriguez und der Hour of Power Chor werden für uns singen. Lassen Sie sich außerdem von Jed Blake und seiner Predigt zum Thema Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft für Ihren Alltag ermutigen. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.